Wir machen heute den Test, Test Teil 2. Wir wissen ja bereits, welche Emotionen wir von Alles steht Kopf sind, von den Basic-Emotionen. Aber diesmal kommen die neuen dazu. Der Kinofilm hat ja auch einen zweiten Teil. Und wir machen jetzt Emotionen aus dem zweiten Teil. Und ihr müsst wie immer mitmachen. Holt euch einen Stift, holt euch einen Zettel oder holt euch euer Handy. Und schreibt auch, welche Farben bei euch immer rauskommen. Und am Ende haben wir all das Ergebnis. Zur Auswahl stehen, Zweifel ist orange, peinlich ist pink, Neid ist türkis. Und dann gibt es noch eine Emotion, von der habe ich vorher noch nie was gehört. Die nennt sich ennui. Oder auch kein Bob, Langeweile, Lustlos, ennui. Sind alles ein bisschen negative Dinge. Ich glaube, wir steigen heute alle nicht am besten aus. Aber wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Und wir dürfen wirklich nur so entscheiden, was gefällt uns am besten. Wofür möchten wir uns entscheiden, ohne drüber nachzudenken, was für eine Emotion dahinter steckt. Deswegen gleich diese ganzen Farben wieder vergessen, welche Farbe zu welcher Emotion gehört. Sondern jetzt wirklich hier nach der Optik entscheiden. Heute zählen mal die äußeren Werte. Nicht schummeln. Let's go. Starten wir mit Nageldesigns. Ich bin halt leider immer zu faul zum Nägeldesignen. Nach der Farbe ist bei mir Schluss, weil dann hat es schon so lange gedauert, bis überhaupt das hier fährt. Aber sie trägt wenigstens Nagellack. Meine Nägel sind immer nackt. Nicht, gar nichts. Ich bin schon froh, wenn da kein Dreck unter den Nägeln ist. Faul, fauler, Farina. Aber ich entscheide mich trotzdem für... Türkis. Wirklich? Das gefällt mir nicht. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Also ich, ich will zwischen lila und pink. Dann nehme ich doch lila. Nein, ich habe es gesagt, ich muss das jetzt nehmen. Türkis. Ich nehme lila. Ach, das gefällt mir auch gut. Mist. Türkis ist doch diese komische Emotion da, oder? Darfst du nicht denken, du kriegst gleich einen Strafpunkt. Natürlich dürfen wir uns auch wieder für ein Kleid entscheiden. Ähm, ich finde die Kleider alle ein bisschen viel, weil es so knallige Farben gleich sind. Ich habe zwei in der engeren Auswahl. Echt? Ich habe vier in der engeren, will ich nicht, Wahl. Was? Eins? Naja, na eins gefällt mir schon. Ich nehme Violett. Boah, ich weiß nicht. Violett oder Orange? Türkis finde ich schrecklich. Du musst dich entscheiden. Orange. Nein. Du darfst das nicht. Ich nehme dir gleich alles weg und du darfst nicht mehr mitspielen. Tisch Deko auf einer Party. Das ist doch unrealistisch. Niemand hat jemals so schöne Tisch Dekos. Das ist so schön, aber habt ihr das? Höchstens bei der Hochzeit. Aber sonst so Geburtstagsparty mit so einer krassen Deko ist schon next level. Aber Orange ist so das Thema Orange. Gibt es dann auch nur Orangen zum Essen? Das Getränk sieht auch komisch aus. Was schwimmt denn da? Blumen. Orange will ich sicher nicht. Ich will Orange auch nicht und Türkis will ich auch nicht. Was? Das ist eine Mermaid Party. Die will ich schon. Nee, Türkis gefällt mir nicht. Mir gefällt Türkis voll gut. Ich will Türkis oder Violett. Ich will Pink. Was? Das ist voll schön. Ich nehme Violett. Ich finde die Kombi Violett-Orange ist echt schön da oben. Mann, aber Türkis wäre auch toll. Du hast dich entschieden. Machen wir weiter. Haare. Ich will alle. Ich weiß es sofort. Muss ich keine Sekunde nachdenken. Nimmst du Orange? Ja. Ich will alle. Es sind aber auch alles sehr, sehr schön. Aber ich nehme Pink. Das ist voll langweilig. Du hast doch rosa Haare. Ja, genau. Es wäre doch traurig, wenn ich eine Haar verbeite, die mir nicht gefällt. Natürlich nehme ich Pink. Das wäre doch die Lüge des Jahrtausends, wenn ich nicht Pink nehme. Das finde ich jetzt doof. Sie verstößt gerade gegen die Regeln die ganze Zeit. Jetzt beschwert sie sich auch noch, dass ich ehrlich spiele. Okay, machen wir einfach weiter. Bei diesem Video kommen wir uns in die Haare. In die Pinke. Ich freue mich so sehr. In einer Woche erscheint unser neuer Comic. Teil 5 der Abenteuer vom Rosenhof Reihe. Schule um Mitternacht. Wirklich ganz, ganz ehrlich. Das ist mein allerliebster Teil von allen. Der dritte Teil auch. Oh, seht ihr? Ich kann mich nicht entscheiden. Der Comic ist ab dem 22. August in allen Buchhandlungen erhältlich. Oder auch zum Bestellen. Ich packe mal den Link in die Infobox. Wer freut sich noch? Mekinis. Mir gefallen alle außer Türkis. Du bist voll der Türkis-Hater. Hä? Ich habe schon mal Türkis genommen. Hast du schon mal Türkis ausgewählt? Ne. Wer ist dann der Hater? Ich will lila oder pink. Aber du hast gesagt, ich darf ja nur Badeanzüge nehmen. Stimmt nicht. Das hast du im ersten Teil gesagt. Das können alle nachgucken. Ich trage eigentlich nie Badeanzüge. Aber der pinke gefällt mir richtig gut. Den habe aber schon ich pink. Ich will eh lila. Blüster auf ein kleines Tötchen. Diese Torten, die sind jedes Mal so schön. Wie kann man die überhaupt anschneiden und essen? Die bei der pinken Torte haben es gemacht. Das sieht angeschneiden auch noch immer schöner. Wenn ich diese Torte anschneide, schneide ich gleichzeitig auch mein Herz an. Die Frage ist, ob die auch gut schmecken oder ob die Leute da mehr auf die Optik achten. Das ist schwierig. Orange will ich nicht. Das ist so, als würde man den Geburtstag an einer Karotte feiern. Ja, und irgendwie sieht es aus, als würde es nach Orange schmecken. Ich nehme pink. Ich nehme Türkis. Was? Eine Mermaid-Torte. Die gefällt mir. Die ist so over the top. Was nehmt ihr? Das erinnert mich daran, dass ich heute noch nicht gebrühtstückt habe. Ich frage mich ja, wie die immer dieses Frozen-Look auf diesen Beeren hinbekommen. Ja! Meine Tiefkühlbeeren sehen nicht so aus. Wenn ich die aus dem Tiefkühler hole, haben die entweder so eine 100-dicke Eisschicht drauf. Oder sie sind schon halb geschmolzen. Und so Ästhetik sieht bei mir einfach nie aus. Vielleicht haben die einen Pulver, mit dem die so ihre Beeren einstreichen. Glitzer. Ich glaube, Food-Stylisten haben richtig krasse Tricks. Ist jemand von euch Food-Stylist? Schickt mir eure Tipps. Aber die sind doch geheim. Ja, bei mir persönlich. Ich liege euch doch am Herzen. Stopp aus. Ich will jetzt sofort pink. Na, eigentlich würde ich blau wollen. Da sind voll wenig Toppings drin. Na ja, bei pink eigentlich auch. Aber bei pink ist noch so eine Schokosauce oder so ein Nussmus. Ich nehme auch pink. Was ist pink eigentlich? Man darf nicht. Ich will nur wissen, was am Schluss von mir rauskommt. Das ist alles. Das sehen wir am Ende. Ich bin halt nicht so geduldig. Wetten, Sie nehmen pink? Oh ja. Ich nehme pink. Ich auch. Mehr nicht. Ich finde, Schikis sieht einfach aus, als wäre man bei Douglas gewesen. Nein, das ist doch bestimmt Tiffany. Was gibt es da so? Schmuck. Schmuck. Ich bin jetzt nicht so der Tiffany-Fan. Aber bei pink ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da was Gutes dabei ist. Es sind viele Geschenke. Und es ist ein Groß, aber vielleicht sind da nur Sportgeräte drin. Hier das Runde ist die Yogamatte. Dann ist das der Große, ist wahrscheinlich eine Hantelpang. Könnte ich mich nochmal umentscheiden? Pink, was liegt es? Gib mir sofort das Fohlen. Ich nehme es auch. Ich will es aber nicht. Wie du willst es nicht? Ich habe schon zwei Pferde, reicht mir. Ich will lieber diesen Hund mit den Kübissen. Ich will, dass die Kübisse auch mitgeliefert werden. Orange für mich bitte. Was nimmst du denn jetzt? Ich nehme das Fohlen. Es schlägt sogar die Hand ab. Aber finde ich gut, dann kann ich zu dir kommen, Fohlen kuscheln. Aber nur, wenn du deinen Hund mitbringst. Blumen. Wow. Also wenn wir immer so schöne Sachen angucken, so schöne Blumensträuße, so schöne Torten. Ich glaube, dann werde ich ein bisschen unglücklich in meinem Leben, weil ich habe nicht so schöne Blumensträuße bei mir zu Hause rumstehen. Ich habe gar keine Blumen bei mir zu Hause. Ich glaube, ich nehme Orange. Habe ich auch überlegt. Aber ich nehme Tückis. Das war meine zweite Wahl gewesen. Aber eigentlich kann ich mich sehr schwer entscheiden, insgesamt. Ich finde diese Gänseblümchen-Margaritendinge bei diesem Orange da drin so schön. Das macht das Ganze so sommerlich, glowy, glowy. Aber für mich Tückis ist notiert. Wo fahren wir mit dem Auto hin? Ich weiß nicht, ob ich Pink oder Tückis nehmen soll. Ich weiß genau, was ich nehme. Also am schlimmsten finde ich Orange. Ich auch. Das würde ich ablehnen. Wenn das wenigstens Flügel wäre und dieses Auto fliegen könnte. Wie, du weißt genau, was du nimmst? Tückis? Pink? Pink? Ja. Wegen der Marke oder wegen der Farbe? Das ist voll das große Auto. Da kann ich super einen Pferdeanhänger damit ziehen. Es ist rosa. Da passt mein ganzes Zeug rein. Aber ist Tückis nicht so ein halber Pick-up? Das ist doch ein Cabrio. Da kannst du aber kein Pferd damit ziehen. Aber du siehst schon, dass das genauso groß ist wie das Pinke. Dann nimm doch du das. Dann haben wir deines im Sommer und meins im Winter. Okay. Stil. Weißt du? Bis vor zwei Entscheidungen hatte ich nur Violett und Pink. Nur. Und jetzt kommt Orange und Tückis dazu. Die Auflösung gibt es am Ende nicht. Jetzt. Vorbei. Merry Christmas. Ich möchte alle nicht. Was? Ich möchte alle nicht. Dir gefällt kein? Nein. Wieso? Was ist denn daran Weihnachten? Hä, was ist denn bei dir los? Rot ist Weihnachten. Und grün. Irgendwie gefällt mir Orange. Ja. Also Lila geht gar nicht wegen diesen Zipfeln. Ja. Dieser Fahne da. Weißen Weihnachtsbaum will ich auch nicht, deswegen nehme ich Pink. Pink ist auch schön. Ich nehme Orange. Ich glaube, bei mir ist es sehr durchgemischt. Du bist eine wilde Mischung. An schlechten Emotionen. Diese Häuser sind ja schön. Wo stehen die denn in Amerika? Ich nehme Türkis, weil das steht am Meer. Wo ist denn hier das Meer? Das sage ich. Das würde doch nie woanders stehen als am Meer mit dieser Farbe. Aber wenn man genau hinguckt, einzeln sehen die gar nicht so gut aus. Die sehen nur gut aus, wenn die alle in einer Straße stehen. Also Lila. Ja. Gut. Pink. Ja, ist schon schön. Ich nehme die ganze Straße bitte. Ich nehme Orange, weil ich finde diesen Balkon da rundherum so cool. Es ist auch das größte Haus. Ja. Ich habe gern viele Zimmer. Was nimmst du, Türkis? Ja. Und wie möchtest du dich verkleiden? Oh, ich finde Night cute. Türkis. Oh, das stimmt aber. Oder peinlich. Pink. Das ist halt ziemlich bequem, ne? Am besten so ein Hoodie, wo man den Reißverlust bis nach oben zumachen kann. Ich nehme auch Türkis. Zweimal Türkis. Okay. Und jetzt dürfen wir endlich zusammenzählen. Habt ihr auch schon geschummelt mittendrin kurz mal? Ihr Schummler. Okay, wir fangen mit dir an, ja? Mhm. Du hast 1, 2, 3, 4, 5 mal Türkis. 4 mal Orange. Hä? Ist 5 von mir das häufigste? Du hast 3 mal Pink. 2, 3, 4, 5. Ich bin Night. Night ist meine Emotion. Na super toll. Am wenigsten Violett. Ich habe nie keinen Bock. Sehr selten. Mann, nur das möchte ich nicht. Nee, denn hier sitzt Night. Und jetzt kommt meine Auflösung. 3 mal Violett. Wie? Nur 3 mal? Eigentlich hast du viel öfter nie Bock. Hey. Dann bin ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Pink. 1, 2 mal Orange und 1, 2 mal Türkis. Darf ich vorstellen? Night. Und peinlich. Oberpeinlich sogar. Was ist euer Ergebnis? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wir können Club der Peinlichen aufmachen. Wo sind meine Peinlows? Wir nennen uns jetzt Peinlows. Tschüss. Weiss. Musik Musik Musik